jetzt zu scheiß haushalte ausfassig quali was für die Stadt durch die Produkte und die Zukunft wenn wir die Revolte über ja es ist gut gefördert ist alles Erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz. Herr Doktor, alle behaupten, ich wäre eine Uhr. Ach, die wollen sie doch nur aufziehen. Erzähl mir einen Witz. Schaust du dir heute Abend die Mondfinsternis an? Klar, auf welchem Kanal läuft die? Oh Gott, das ist der schlechte Hinn. Ich ziehe es dir rein. Nein, nein, nein. Es ist nicht, wenn wir zum Beispiel skypen wurden und wir spielen wurden und du wurdest die aufnehmen oder so gehen? Was denn spielen? Ja, zum Beispiel deinem Land oder so. Wurde gehen, aber da muss ich noch verzögert, als das, du musst mal gucken, dein Video kommt dann bei mir an. Und da ist ich... Okay, du musst schon vom Dicken das nehmen, wurdest du das Video? Ja, hat man doch gestern schon gemacht. Weil das dauert ja schon, bis dein Video bei mir ist. Und dann muss ich es auch noch hochladen. Das dauert ja 100 Jahre. Da hast du quasi... Und dann drei Minuten später es Lobländer. Das ist echt so. Dann muss ich das Spiel selber kaufen. Dann wäre es noch was anderes. Ja, musst du machen. Nein. Ja, ja, nächstes Monat, ne. Hab ich noch Geld für mir. Das sind nicht mal 50 Euro im Monat. Das sind nicht mal 50 Euro nur einmalig. Nicht mal 50. Nicht mal 30 Euro einmalig. Äh, ja, was? Das ist 30. Bin kurz eingeladen. Das sind nicht mal 30 Euro. Und das nur einmalig. Das war um 25. Ich will... Das ist dein Leid oder Ark. Ja, Ark, ne? Das ist lustig. Das ist lustig, weil wenn du in der Klinge rumkackst. Ja, trotzdem. So war scheiße, wenn ich in eigenes Server hast. Hm. Da hat er mich heute auch schon angestichelt, ne? Kauf dir einen neuen Laptop, damit du hier hosten kannst. Ja, kauf dir einen neuen Laptop. Du, hat er gesagt heute noch? Ja, genau. Ja, ja, schön. Ja, ja. Da sind die einen Laptop der Himmel stehen. Ähm. Ich, und? Aber wer hat die Hi-It-Internetleitung? Da geht's auf heute. Ja, das ist so. Ich hab die Hardware, ne? Wer hat den Rest? Ja, hier ist das Kabel. Also, was soll ich da machen? Du nicht. Du nicht, ne? 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 Die Frau schläft, kann ich nicht machen. Ja, er muss ja nicht sagen, schick mir doch mal den Twitch-Link, da kann er noch zuhören. Ne, der geht Edler aufleihen um die Zeit. Ja, der geht eins bitte. Mal wohnst du bei dem, oder was ist los? Das wissen wir, weil's immer so ist. Der geht immer vm. Ja, es ist Futtel 1, Mann. Naja, weil der Kleiner, der dann rüberkommt, uns bitte in Schafzimmer und da pennt sie. Pennt dann in Schafzimmer. Ich hab auch gerade gesagt, vorm Edsel. Ja, vorm Edsel ist ein weiterer Begriff, da könnt ihr aber sagen, vorm 6 ist auch jetzt. Sagen wir mal zwischen 24 Uhr und Edelma. Okay. Moin. Ja, das Kabel hat er gemacht, hm? Was? Ne, ich bin ne, 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 ne pas video. Achso. Wie mit den Schildkröten, ne. Jetzt irgendwann mal, wenn ein Seemalslied kam. Das ist gerade so nicht für eine Stimmung hier auf dem Schiff. Kann ich nie. Doch. Kann ich nie. Ich habe es als Beweis, ich schneide das zusammen. Ich gehe mal an GTA gucken, was es dir abgeht. Oh, GTA muss ich mit dir spielen. Eigentlich können wir auch mal GTA mal kurz streamen, das können wir kurz machen. Das ist eine sehr gute Idee, weil das hat nämlich auch... Wer zockt, ey. Wer ist denn das? Warte mal kurz, ich muss mal kurz die Runde zu Ende spielen. Da bin ich in meine Garage gegangen, das waren die Hälfte meiner Autos weg. Ja, weil du alles erschienen hast. Echt? Nee, die... Die sind beim Mechaniker auf Lager. Nee, die sind kaputt gewesen, ne? Auf Halde, ne? Alle sind kaputt geschossen, ne? Du musst ja ab und zu bei der Versicherung mal wiederholen, ne? Nee. Es gibt von One Piece, but an Game, schreibt Tablet. Schön. Da sind 50 Euro, ne? Schicken wir mal den Twitch-Link los. Die App gibt es auch schon. Bis jetzt hat er schon aufgehört zu spielen, der geht halt mal raus. Dann kann er ja noch schnell mal gucken, bis das Video zu Ende ist bei Twitch. Das ist der Bischoflein, lasch ich. Das ist der Bischoflein, was? Das ist der Bischoflein, was? Wir sind gerade da wieder nachgeschossen, was ist denn da? hat er geschrieben? oder guckt er? oder ist er weg? hier läuft nicht das hier läuft nicht? oh die Ball rein Ladebeltschum 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 kein Problem ist das schon gut? ja das muss so sein da baller mehr und kriegsschiff ist das das macht doch nie was steht was rum ein komisches kriegschiff was im verhandelt ist wie in der steht das macht doch nix die baller so ganz drauf mehrere leute das was ich mir gerade angucke das macht nix klar macht das was du musst aber denken wir fahren ja ich gucke ja immer im zoom ich fahre ja immer im kreis um und drumherum deswegen sieht es so aus wenn er steht oh das wurde jetzt richtig eklig ich habe mir das geistische ausgesucht was am meisten aus ach du scheiße ja ja one piece als spiel was one piece pirate warriors 3 die 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 kann sie ändern Oh jetzt rambe ich dir! Nein! Und kaputt! Scheiße! Ich konnte nichts machen, bin im Kreis geworden Oh, ein Arsch! Tja, so ist das mit dem Licht Immer brennt und immer nicht Das lädt er noch, ey! Du kannst ja mal gucken, ob das lädt mit GTA, das würde mir mal zu sehen, mach mal leid Ich hab's noch nie eingestellt auf GTA, aber... Sag mal, wenn wir gewonnen, hier wird's der letzte Kanacke Oh, der verpiss sich! Der war auch ein Japaner Ja, ne, kannst du aussuchen, was du spielst, also... Japaner oder... Du warst ja... Japaner und du... und der war Japaner Ja, das geht aber, kannst du aussuchen, du spielst bloß gegen Team gegen Team Hmhm... Das ist ein Quatsch Ich bin doch mal... Blub, blub, blub So, ich kann ja schon mal kurz GTA auftauchen Oh mein Gott... Jaaa... Was tut das denn? Jetzt müssen wir den... 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 den Julio angucken So, jetzt haben wir hier alles gewonnen, sehr schön Leute, ein paar Schiffs, danke Alles gewonnen Ich wollte nur vor sein... So, danke, Tschüss So, jetzt muss ich schnell mal gucken, was ist das hier alles noch offen und jetzt... Gar nicht... Okay Jetzt müssen wir kurz weiße Blütschern Also nicht erschrecken, wenn es so hell wird und so mal, ne? Habt ihr nicht? Oder? Nicht erschrecken, wenn es so hell wird und so mal, ne... Ich so... Ich so... Oh so... cool Aber du solltest mal vorgucken, ob es so gut wird, wird das hier? Oh, ne... Ich... Wiro... Wiro... Hä? Wiro... 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 Ne, ich bin jetzt der andere Mh... Ich hab' ne SSD! ihn für die Uhr für zu besuchen haben sie wird er ich würde ein Lande und zu Recht ist ich probiere und dann starten spielverein es ist die Pixeln auf und zuckeln du hättest du so du kannst ja damit selber gucken ob es dann lekt oder nicht ob es jetzt mal normalerweise läuft in GTA auch und Dings das wäre ja geil wenn das mal richtig läuft geht hier und nein lass knacken es wird schlecht gelaufen das hat von meiner Verbindung nicht die wird zu larm sein im Gegensatz 30 oder 50 oder mähnst du dass es echt daran liegt aber da kannst du doch normale YouTube Videos auch angucken oder ohne dass er lecken ach so ne gut auch manche 27p oder 10,8p die echt die ruckeln das ist immer zeitabhängig gerade in der Hauptzeit so zwischen 7 und 8 herum dann kannst du vergessen das ist krass ich kenne doch naja oh das ist ja scheiße dann darf ich so viel Kohle ja freu mich oi guck mal kurz bei Twitch ob das zeichnet auf flüssig vor allem oh nein oh nein wird geladen gut ich bin im Spiel ich lade äh ich lade gleich mal ne Einladung ich schicke ich dich gut ich dachte gleich mal ne Einladung dann schicke ich dich guter Mann guter Mann naja das ist sehr guter Mann ja gut entschuldig so jetzt bin ich Ihnen geben ich lade ich euch mal ein Freunde 3 ohne Mordentrick ist auch ohne sowas so mein Schockfeld kommt noch ganz krank oh hast du was gekriegt ich hab dir was geschickt oh ja super noch ja ich hab ne geschlossene Sitzung erstellt ja guter Mann komm ruhig ja gut komm ich hab auch in Williams das ist schön mein Apartment ja das ist so geil kannst du mal gucken ob das leckt auf Twitch ja leckt ehrlich nein tu mich nochmal einladen das ist ja geil wenn das nie leckt dann ist das so schick ja ich tu dich noch mal einladen meine Gitte make enough gut ist denn bloß Auto neuen Radiosender gibt es hier guck mal ich bin ja im Kreis habe ich mich gedreht da siehst du an die ob es leckt wenn du mal guckst ich dreh mich jetzt mal ein paar mal kannst du mal gucken oh hier ist eine Laterne kannst du mal gucken